Oh sogar LASKILL, sogar LASKILL! Guck mal, ist das doch nicht mehr normal! Junge, was ist los bei dir? Hast du Hexan oder so einen Scheiß? Ne, weil sieht das komisch, du siehst da unten, äh so, bist am Haus, guckst da unten rechts, killst den, guckst in meiner Richtung, killst mich mit... Zwei Burst und so? Der starke Wille verleiht Kraft! Was ist denn das für ein Typ? Wer auch immer das ist, das ist ein fetter Uber-Pro-Gamer! 2. LASKILL 2. 10. 18. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.